Hallo, mein Name ist Neuer Porasik. Ich bin einer von zwei Geschäftsführern aus dem Hause V-Finanz. Heute zeige ich Ihnen die allumfassende Maklerplattform. Die allumfassende Maklerplattform beinhaltet in der Mitte unser neues CRM, das Akquise Center 3.0. Wir wollen dieses CRM zu den besten CRM auf dem deutschen Versicherungsmarkt ausbauen. Wie Sie wissen, ist das Akquise Center bereits heute mit vielen Vergleichsprogrammen verbunden. Das heißt, Sie können aus dem CRM heraus in die Vergleichsprogramme springen, wie zum Beispiel den LV-Lotsen, den KV-Lotsen, den SRU-Lotsen, das Kfz-Vergleichsprogramm und den Finanzlotsen und vielen anderen Programmen auch. Wir erweitern diese Liste natürlich sehr bald um Navi und unseren Strom, Gas, DSL-Vergleichsrechner, Baufinanzierung etc. Aber es geht weiter. Sie können aus dem CRM heraus auch in unser Finanzanalyseprogramm springen, von Forfina. Forfina eine herausragende Finanzanalyse, die Sie vielleicht bislang nur von Strukturvertrieben kennen. Eine Finanzanalyse, die den Kunden allumfassend alles aufzeigt, was der Kunde braucht und Ihnen wahrscheinlich die Anzahl der Abschlüsse pro Kunde erhöhen wird. Forfina hat dabei auch noch einen hervorragenden BAV-Rechner, den Sie auch nutzen können, um bei Ihren Kunden die betriebliche Alterssorge herausragend berechnen zu können. Aber es geht nochmal weiter. Natürlich verbinden wir auch mit unserem Akquisition 3.0 alle anderen Programme, die wir haben, wie zum Beispiel unser Intranet, das App, die Makler-Homepage und viele andere Tools, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. Aber wir speichern nicht nur Ihre Daten, sondern wir halten Sie auch am Leben und aktualisieren Sie automatisiert. Zum Beispiel über GDV-Schnittstellen, über BIPO-Schnittstellen. Sie als Vermittler können die Daten anreichern, Ihr Kunde und wir natürlich auch. Das heißt, Sie machen einmal die Bestandsübertragung, geben uns die Versicherungsscheinnummer, die Versicherer und den Kundennamen. Wir machen für Sie die Bestandsübertragung und ab dem Zeitpunkt werden die Daten Ihres Kunden immer aktuell gehalten, egal wer reinschaut. Ob Sie reinschauen, wir reinschauen oder Ihr Kunde, er wird immer seine aktuellen Daten sehen. Ich denke, das ist eine kleine Revolution am Versicherungsmarkt und es wird Ihnen sehr viel Verwaltung ersparen. Sollten Sie ein anderes CRM benutzen, gar kein Problem. Wir bauen eine Schnittstelle zu allen gängigen CRMs auf und erleichtern Ihnen hier ganz schnell den Datenaustausch. Die wichtigsten Funktionen starten wir im Januar 2018. Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen auf dieses Programm. Ich bin mir sicher, es macht uns noch erfolgreicher. Ich freue mich auf Sie, Ihr Norbert Porasic. Ich freue mich auf Sie, Ihr Norbert Porasic.